Huhu Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Dead Space. In der letzten Episode haben wir 4 von 8 Giftkapseln zerstört. Das sind irgendwelche Menschen, deren Lungen aufgedunsten sind, die aufgeblasen wurden sind und die mit ihren Lungen die Luft verpesten können. 4 liegen jetzt noch vor uns, die hinter der Tür auf uns warten und mit denen wollen wir uns heute mal anlegen. Ich finde schon, ach das ist wieder so ein Guardian, na super. Diesmal haben wir auch nichts Explosives dabei. Das heißt, wir müssen die Tentakel mit der Hand abschießen. Die wollen aber auch... Ah, jetzt ist er kaputt. Gut. Ich wollte gerade sagen, die wollen aber auch nicht kaputt gehen, die Dinger. Aber ich bin schön auf Abstand geblieben, um nicht in Reichweite zu kommen. Von denen. Werkbank brauchen wir gerade eigentlich nicht, glaube ich. Weil wir haben nur... Hä? Was war denn das jetzt? Der war nach zwei Schüssen tot und ich habe ihn einfach in der Mitte durchgeschossen. Das wusste ich auch nicht. Ich habe diesmal viel zu hoch gezielt, aber ihn einfach in der Mitte zerteilt. Das ist natürlich auch geil. Hm. Na gut. Von mir aus stört mich nicht, ehrlich gesagt. Ah, und hier haben wir direkt auch eine Tür, wo man Energieknoten für braucht. Darum gehen wir da auch mal rein. Jetzt haben wir nur noch einen. Aber mit einem können wir aktuell eh nichts anfangen. Denn das Einzige, was wir jetzt noch groß upgraden könnten, wäre unsere Rig. Und... Ach! Unser Inventar ist fast voll, ne? Oh ja, ich glaube, ich gehe erstmal kurz verkaufen. Ja, tut mir leid, Leute. Das hätte ich machen sollen, bevor ich die Episode angefangen habe. Aber wir haben ja heute noch nicht viel geschafft. Von daher weit sind wir ja nicht weg. Von daher gehe ich jetzt einfach eben schnell... Äh... Gehe ich jetzt eben einfach schnell verkaufen. Damit nicht gleich mittendrin unser Inventar voll ist. Darum... Gucken wir mal. Also... Erstmal die ganze Munition, die wir nicht brauchen, verkaufen. Energie, Energiekanone. Ja. Impulsprojektile. Brennstoff... Irgendwas scheiß. Strahlmunition. Energie, Laserkanone. Medpacks brauchen wir, glaube ich, auch nicht so viele. Nehmen wir wie immer... Wie immer drei. So, ein Luftkannister, Plasmaenergie behalten war. Und Plasmakatter, genau. Und wir haben schon wieder 32.000 Gold... Äh, Geld. Aber ich kaufe mir erstmal keine mehr. Wie gesagt, ich will bis... Bis ins nächste Kapitel will ich sparen. Weil nach meiner Rechnung im nächsten Kapitel... Es einen neuen Anzug gibt. Und der kostet bestimmt so um die 30.000. Weil der erste, den wir uns gekauft haben, hat 10.000 gekostet. Der zweite 20.000. Und dann kostet der dritte mit Sicherheit 30.000 oder 35.000. Das heißt, wir könnten uns den zwar jetzt schon leisten. Wir könnten uns den zwar jetzt schon leisten, aber... Ähm... Ja, nicht, dass es dann auf einmal eine böse Überraschung gibt. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Ja, die hatten wir auch schon in der Wachstumskammer West registriert. Jetzt haben wir hier nochmal genau so einen Raum, wie wir ihn schon kennen. Nur, äh... In Tod. Weil hier bereits diese... Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Seuche. Was gefährliche Anomalie. Wo? Ach du Scheiße. Ein Gar... Ein Boot. Ich glaub's nicht. Egal. Erstmal hier hin, wo man gut kämpfen kann. Und dann machen wir gleich unsere Boot-Taktik. Kennen wir ja bereits. Das heißt, ihn kommen lassen. Und um ihn rumlaufen. Und um ihn schießen. Jetzt geht das auch alles ein bisschen besser mit unserem Plasma-Cutter hier. So, jetzt geht er nur wieder in diese Form. Oh, das klappt ja hier. Wie ist Rätselbacken. Wie schnell ich schießen kann einfach. Das war's schon. Ja, ja. Und Energieknoten gekriegt. Ja, also die Brutes sind mittlerweile gar kein Problem mehr für uns. Wir haben zwar einiges an Munitionen alle geballert, aber... Dafür haben wir jetzt auch einen großen Gegner besiegt. Aber eigentlich ganz cool gemacht, dass jetzt hier nicht nochmal genau das Gleiche kommt, wie in dieser Vegetationskammer West. Ah, sondern dass es jetzt hier ein kleines bisschen anders ist. Erstmal, dass es hier viel toter ist als drüben noch. Und dass jetzt hier auch nicht nochmal wie drüben so ein riesengroßer Kampf kommt. Sondern, dass jetzt hier ein Brut kam, dass das so ein bisschen abwechslungsreich ist. Finde ich ganz cool gemacht. Hier sind auch anscheinend die Tearsounds ausgefallen. Die hat einer die CD rausgetan, dass hier die Tearsounds nicht funktionieren. Interessant. Und wir haben hier ohne Ende Türen. Aber erstmal gucken wir, wie wir an den da kommen. Achso, ist eine Scheibe. Gut. Auf der anderen Seite war da unten ein Madpack und da war keine Scheibe. Hier. Nährstofffass wird ersetzt. Wo kommt der jetzt? Oh, das geht aber schnell. Oh, das muss ich bestimmt stasen. Wartet mal. Nährstofffass wird ersetzt. So, und jetzt andersrum laufen so. Und jetzt. Oh, der hält aber auch einiges aus, der Typ. Aber gut, der ist tot. Dann gehen wir mal zum nächsten. Und da hinten rein, genau. Also einen von vier haben wir jetzt hier. Da ist der nächste. Erstmal. Achso, hier hätten wir Stasen gekriegt. Cool. Zertreten wir erstmal alles hier. Gucken hier um eine Ecke. Ah, hier ist nämlich noch mehr Zeug, wie ihr seht. Um den Weezer können wir uns gleich kümmern. Ich meine, wir haben hier mehr als genug Luft. Und die zertritt man ja echt schnell, die Viecher. So. Ich frage mich, ob jetzt auch hier, je nach jedem Weezer, wieder Gegner in der Hauptkammer auftaucht. Wäre eigentlich total nervig. Aber egal, ich gehe jetzt einfach mal aus der anderen Tür raus. Na, jetzt Isaac. Okay, gut. Wollte schon sagen. Jetzt müssen wir bestimmt da hinten in die Tür, oder? Ne, da kamen wir her, oder? Ich weiß gar nicht, wo kamen wir denn heute her? Hier raus? Treibhaus B. Ach ne, hier war er noch nicht. Achso, ja cool. Schön, dass wir hier reingeschickt haben. Oh, boah. Ja, cool. Ja, toll ey. Also das ist immer fies, wenn sich da drin was versteckt, dann erschrecke ich mich auch immer fies und böse. Achso, das war einfach nur so ein Raum. Das ist ja interessant, dass es so was hier auch gibt. Na, dann müssen wir tatsächlich mal außen rum gucken, ob hier nicht noch irgendwelche Räume sind. Also da kamen wir aber heute her, ne? Okay, das war es jetzt aber mit den Räumen. Oder vielleicht da hier noch. Gehen wir mal hier. Ach ne, das ist hier gar kein Raum. Okay, gut. Dann müssen wir echt hochfahren wahrscheinlich. Äh, hier. Und zwar zu Ebene 2. Ach, sind wir mit dem anderen Fahrstuhl eigentlich nach Ebene 3 hochgefahren? Fällt mir gerade ein. Waren wir jemals in Ebene 3? Auf der anderen Seite? Weiß ich gerade gar nicht. Hm. Muss ich vielleicht gleich nochmal gucken, oder? Ich guck mal ins Audio-Log. Ja, das war bestimmt der Leviathan. Diese 10.000, äh, ne, diese 10 Kilotonnen. Irgendwas. Oh, noch ein Energieknoten. Da denke ich mich jetzt echt, ob ich in dem, in dem anderen, in den dritten Stock gefahren bin. Ich meine nicht, oder? Das, das, das teste ich vielleicht gleich nochmal. Das gucke ich vielleicht gleich nochmal. Irgendwie kommt mir das jetzt nämlich gerade so vor, als hätte ich das nicht gemacht. So, und jetzt müssen wir bestimmt in den zweiten Stock. Ja, zum Glück sind wir da nicht lang gegangen. Weil wer weiß, wo wir dann wieder rausgekommen wären und dann hätten wir voll den hier vergessen. Hä? Wo zeigt denn das jetzt hin? Achso, jetzt zeigt es doch da hin. Okay, gut. Na gut. Ja, ich verliere hier leicht die Orientierung in dem Spiel irgendwie. Aber das ist immer so, in Spielen, wo man viel backtracken muss, und das muss man ja hier, äh, da habe ich generell Probleme mit. So, halb Leiter Gold. Äh, wo? Nicht schon wieder so ein Ding. Ich hoffe nicht. Ich sehe nicht, wo mein Zielgerät ist. Kann aber auch scheiße ziehen, ja. Boah, es wäre nicht mehr weit gewesen, bis dahin das Loch. Aber man kann total beschissen zielen, wenn man von so einem Tentakel gefangen wird. Ich will jetzt mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas lag. Aber nee, sieht nicht so aus. Ich frage mich auch, ob mein Explosivding schon ein bisschen Schaden gemacht hatte oder nicht, ob das gar nicht zählte. Ich habe es auf jeden Fall schnell abgefeuert, auch wenn es mich da insgesamt ein bisschen erschrocken hat. Aber gut, es hat geklappt, auch wenn der Weg nicht mehr weit war. Aber man zielt mit der Maus und es tut sich so gut wie nichts an dem Zielfernrohr. Also das bringt echt nicht viel. Hier spricht Tempel. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte. Aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schriftdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Kann man hier irgendwie sehen, wo man bereits schon war oder nicht? Weil hier sehe ich jetzt nur, ich muss hier irgendwie so hoch. Aber auf der anderen Seite habe ich da schon überall war. Sonst hätte ich jetzt geguckt, ob ich da schon in dem dritten Stock war. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, weil ich nehme diese Episode jetzt hier direkt nach der letzten Episode auf. Also wo ich in dem anderen Flügel sozusagen war. Von daher konnte ich jetzt natürlich auch noch nicht nachgucken. Jetzt kommen wir wieder hier in so eine Kacke. Ist das genau das gleiche oder was? Nur dass es jetzt hier ein bisschen anders aussieht. Okay. Gut, mega einfallsreich ist das Ganze nicht, dass man hier im Prinzip zweimal das gleiche machen muss, nur... Von da kam ich, ne? Also das mit der Orientierung hier ist echt nicht leicht. Gehen wir mal da hin, um einen besseren Überblick zu kriegen. Müssen wir denn jetzt hier überhaupt machen? Muss ich das kaputt machen? Okay. Kaputt machen ist es nicht. Ich muss wahrscheinlich einfach nur stasen. Aber die Frage ist, wo muss ich dann hin? Ach, da durch. Okay. So wahrscheinlich. Ah, jetzt haben wir hier wieder geblieben. Oh, Babys. Ausgewichen würde sein. Okay. Das ging gut. Ja, also die Orientierung hier ist echt nicht einfach. Wie komme ich denn jetzt da runter? Und vor allem, ich muss ja den... Noch mehr. Ach ja, da. Aber ich höre mehrere wieder. Ah ja. Immer in Bewegung bleiben. Gut, dass ich mit meiner Bewegung... selber nicht mehr zielen kann. Auch gut. Nein. Ach, falsche Taste. Man hat hier einfach viel zu viele Tasten. Das habe ich auch in einem der letzten Episoden schon mal gesagt. Dass ich mit der Steuerung hier immer noch nicht richtig klarkomme. Und vor allem jetzt habe ich vollständig die Orientierung verloren, wo oben und unten ist. Oh, ich habe schon die ganze Zeit Luft verloren. Ich könnte jetzt beispielsweise gerade... Das war die letzte Isaac. Achso. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoff-Recycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittel lagern. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben. Und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen. Aber das ist völlig unmöglich. Okay. Kendra kriegt auch langsam Hallos. Wo müssen wir... Also auch dieser Brutkuh, dieses Brunenkuhm-Ding zeigt mir gerade nicht so richtig an, wo ich lang muss. Muss ich jetzt einfach wieder den ganz normalen Weg zurück? Ich habe da ehrlich gesagt eigentlich keinen Bock drauf. Ich will irgendwie eine... Eine Abkürzung haben. Hier muss doch irgendwie so ein besonderer Abkürzungs... Nö, ist aber nicht. Okay, gut. Was zeigt das denn? Hm. Okay. Okay, nee, anscheinend muss ich den ganz normalen Weg zurück. Ist aber auch kompliziert hier. Da blickt doch keine Sau durch. Mann, du. Achso, ach, hier kannst du das einfach ausschalten. Ein. Aus. Achso, ja, das erleichtert das Ganze natürlich. Springen wir direkt komplett durch. Jetzt geht's da lang, oder? Genau, ja, alles klar. Gut. Das haben wir also geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Lebenserhaltungssysteme neu starten, hat Kendra gerade gesagt. Das wollen wir jetzt mal machen. Ähm, ja, noch genug von allem. Ist da irgendwas drin? Ist da irgendwas drin, ne? Okay. Wie die Tentakel richtig heißen, weiß ich übrigens nicht. Ich glaube einfach nur Drag-Tentakel, also Z-Tentakel. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich bereite mich eigentlich immer auf meine Let's Plays vor. Ähm, ich weiß ja, ich weiß ja meistens immer, was für ein Level kommt. Und dann bereite ich mich vor, indem ich mich schon mal ein bisschen über das Level informiere oder auch über neue Gegner und Waffen und so. Aber ich meine, das ist, dass manche mögen das als langweilig empfinden. Ich weiß nicht, das so zu machen, die halt lieber, ähm, Blind-Let's Plays sehen. Aber ich muss sagen, das ist halt einfach nicht mein Stil. Ähm, ich schmeiß gerne mit Infos um mich. Und, ähm, kann auch gerne, also ich rede gern viel über meine Videos. Und, ähm, beziehungsweise in meinen Videos über irgendwelche Infos. Und das kann ich halt nicht so gut in einem Blind-LP. Von daher ist das nun mal einfach nichts für mich. Ne, okay, hier sind wir jetzt fertig anscheinend. Äh, jetzt müssen wir hier raus. Gut, dann, äh, machen wir das mal. Aber ich höre schon wieder Gegner. Oh, ich sehe sogar auch Gegner. Wartet mal. So. Hey, das hat Spaß gemacht. Ach, wusste ich doch, was der nur so getan hat. Normaler, jetzt mittlerweile erkenne ich die Sterbe-Animationen von denen. Aber viel gedroppt haben sie nicht. Aber gut, vier normale, alles kein Problem. Zum Glück hatten wir so einen Explosiv-Scheiß dabei. So, und in den letzten paar Minuten, die wir jetzt noch haben, bevor wir uns mit dem Leviathan anlegen, dem Leviathan, ähm, warte mal, wie viel Energieknoten haben wir? Drei. Hm, reicht, glaube ich, nicht. Oder doch, es reicht, um was abzugrehen. Doch, das machen wir, glaube ich. Wartet mal. War hier nicht irgendwo ein, ähm, ein, äh, Werkbank? Ja, hier, genau. Dann machen wir das jetzt mal. Dann upgraden wir jetzt, ähm, unsere Lebenspunkte nochmal. Hier. So. Erstens sind dann nämlich wieder unsere Lebenspunkte voll. Und zweitens haben wir dann auch das fast komplett upgradeet. So. Sehr gut. Ja, seht ihr da, Lebenspunkte wieder voll. Aber das können wir nicht mitnehmen. Können wir irgendwas wegschmeißen? Irgendwas, was blöd ist? Nö, nö. Nö, wir lassen, glaube ich, alles. Nö, nö, nö. Egal. So, jetzt gehen wir wieder zurück in unseren Hauptraum. Isaac. Wo bist du? Hilf mir. Na, seht ihr, jetzt, jetzt ist das so, dass sie sagt, hilf mir. Das habe ich nämlich schon vorher gemeint. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Sehr gut. Jetzt können wir ins Lebensmittellager, wo der Leviathan auf uns wartet. Aber ich will jetzt echt nochmal gucken. Für alle, die jetzt das letzte Video gesehen haben, ist das jetzt natürlich voll langweilig und blöd, dass ich das hier mache. Weil ihr habt ja wahrscheinlich erst... Oh, ja. So war. Hier war ja was. Ihr habt ja wahrscheinlich erst gestern oder so das letzte Video gesehen. Und, ähm, könnt euch wahrscheinlich dann auch noch dran erinnern, was ich überall erforscht habe. Von daher schreit ihr jetzt wahrscheinlich gerade in den Bildschirm, Flaschor, du Idiot! Du warst schon in dem Stock! Was machst du da für ein Mist? Das ist jetzt einfach nur langweilig und blöd. Aber, ähm, ja, ihr wollt ja in einem Let's Play sehen, wie ich Spiele spiele. Und da gehört sowas auch dazu. Nämlich, dass ich total oft unnötige Wege mache. Gehört da einfach dazu. Das ist tatsächlich so. Wenn ich für mich selbst Spiele spiele, spiele ich immer mir so einen Quatsch zusammen. Und, ähm, ich laufe auch manchmal Wege zehnmal. Ich versuche schon immer in Let's Plays, das besser zu machen. Aber, ja, es ist sozusagen, ist dieses Video nur realistisch und spiegelt nur meinen normalen Spielstil wieder. Aber langsamer kann dieser Fahrstuhl echt nicht fahren. Also, ich... Der hat... Scheint Entrosselung zu haben. Ähm, wie so ein... So ein Moped, was man schon mit 15 oder 14 oder so fahren darf. Ah, seht ihr mal, hier war ich nämlich noch gar nicht. Gut, dass ich es gemacht habe. Also, ihr habt wahrscheinlich doch nicht in euren Bildschirm geschrien, Flaschor, du warst da noch gar nicht. Sondern, ähm, ich war hier tatsächlich nicht. Und jetzt finden wir hier nämlich noch einen. Boah, Halbleiter Rubin. Leck mich fett. Zum Glück habe ich das gemacht. Der ist 10.000 wert. Und dafür schmeiße ich jetzt mal hier so ein 0815 Madpack weg. Ja, sehr gut. Na, seht ihr mal. Also, gar nicht so schlecht gewesen, dass ich das gemacht habe. Jetzt gehen wir noch einmal wieder ins Hub. Ähm, speichern da ab, verkaufen alles im Shop. Und, ja, dann ist als nächstes der Leviathan dran. Jetzt mach doch mal schneller hier. Ja gut, ich habe bisher in diesem Let's Play immer gemeckert von wegen Arbeitssicherheit, dass das hier überhaupt nicht beachtet ist. Und, äh, ja, dieser, äh, Fahrstuhl ist sogar so übersicher, dass er schon wieder fast unsicher wird, weil alle Leute, die immer damit fahren, so aggressiv werden, dass die bestimmt irgendeinen Mist bauen und deswegen sich verletzen. Äh, achso, da hinten, genau. Hä? Wieso ist denn hier jetzt was zu? Okay. Check ich jetzt nicht ganz. Hatte ich das beim letzten Mal etwa nicht aufgemacht, oder was? Okay, waren aber nur Ripper-Klingen. Ja, also, ähm, außerdem haben wir rausgefunden, dass mit den Schemata, dass man, wenn man die einfach nicht abgibt, dass man dann nicht unnötige Munition findet, das stimmt auch nicht. Also, man kann ruhig alles einsammeln. Vielleicht war das echt erst bei Dead Space 2 so. Ich weiß es nicht. So, hier in der Mitte, da kommt immer nichts raus. Das habe ich mir schon gemerkt. So. Sind wir wieder da, gehen in den Shop. Und jetzt shoppen wir einmal richtig. Krass. So. Medipack. Halbleiter Gold. Ja. Rubin. Ja. Laserkanone. Plasma-Energie. Ne, warte mal, ich gehe erstmal nach ganz unten. So. Ripper-Klingen. Ja. Impuls-Projektive. Ja. Brandstoff. Ja. Strahl-Munition. Okay. Zack. Medipacks. Nehme ich mal, behalte ich mal, alle die ich hab, für den Bosskampf. Und Plasma-Energie nehme ich mal mehr mit. Ich hab das Gefühl, ich hab schon wieder Plasma-Energie verkauft. Wir nehmen mal alles mit, dann können wir wirklich wie wild um uns ballern, wenn wir alles mitnehmen. Auch sind wir auch alles an Medipacks. Von daher, ja, sieht gut aus. Und wir haben 55.000, äh, Geld. So, jetzt gucken wir mal, wie es im Inventar aussieht. Ja, wir können also noch was aufsammeln, ein bisschen was. Aber ich denke, nach dem Bosskampf werden wir eh wieder zu einem Shop kommen. Aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Den Bosskampf gucken wir uns erst in der nächsten Folge an. Das heißt, die nächste Folge startet direkt spannend mit dem Bosskampf gegen den Leviathan, oder Leviathan, wie er hier heißt. Ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich vor allem auf eure Kompetenz. Kommentare und darauf, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao Leute.